und da sind wir wieder ja willkommen und morgen und so weiter im text hier mitten im azteken tempel du hast hier eigentlich haben jetzt den nebengang gemacht ich glaube nicht dass das so richtig ist was wir tun ja es ist nicht der hauptgang wir kommen hier nicht weiter wahrscheinlich brummt hier aber ich habe gerade irgendwas summen hören ja ich will auch mal was denn der folge auch gekriegt ja ich bin runter gefallen keine ahnung ist da irgendwas schönes oder die kann man auch bestimmt benutzen kann das spiel aber echt paar mal durch spielen bis man alle erfolge hat ich bin zu doof da hochzukommen ich glaube ich bleibe hier unten wir gehen auch wieder zurück in dem ist einen anderen weg würde ich sagen ja würde ich auch sagen uns verpassen wir einiges nach komm schon und der filie nicht hoch ja ich komme nicht mehr zurück ich könnte eigentlich noch tiefe springen na gut jetzt habe ich gespeichert nein das wollte ich gar nicht ich habe glaube ich ein paar hürden übersprungen gerade du hast extrem viel übersprungen das halbe level übersprungen ja das wollte ich ja gar nicht da wird die folge ein bisschen kürzer ne das muss ich der ganze zeit alleine machen ich will ich versuche ja mal zurück zu kommen wenn ich da wieder irgendwie kommst du mich kann man den so nee Nimm mal diese extra Wege. Ich muss hier doch nur diese Stange da mal raufkriegen. Das wartet doch mal. Worauf? Ich bin drüben. Hast du alles verpasst? Meine Fresse. Ja, ich danke für den Tipp, Professor. Wir können auch Thomas Lippe nochmal neu starten. Nee. Erfolg haben wir ja jetzt. Dann machen wir kurz die Ausnahmepause. Die war gerade. Hä? Die war doch gerade. Wir haben doch gerade neu angefangen. Kann ich auf Pause drücken? Ja, nee. Aber zusammenschneiden kann sie doch. Komm, wir schauen das Level da oben. Nee, ja. Okay. Da sind wir doch schnell wieder da. Warte, ich komme zurück zu dir. Wie denn? Was? Hast du denn Lava bei dir? Wenn ich jetzt sterbe, bin ich gleich wieder vorne. Du bist dann bei mir, ja. Richtig, genau. Dann haben wir wieder übersprungen. Na komm, starten wir nochmal neu. Nochmal fix. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Genau. Wir müssen ja bis mal nicht mal das dann machen. Boing. Du musst drauf, Doc. Du musst drauf, nicht ziehen. Da. Da. Zack, zack. Doc, was machst du denn? Stopp, du schiebst das Ding weg. Hallo, stopp. Jetzt haben wir zwei drunter. Auch gut. Das ging ja so. Ach, wer schickt. Nimm den kleinen mit. Und nicht den kleinen draußen. Okay. Du musst höher. Du musst höher. Du musst höher. Jetzt. Warte, warte, warte. Zieh, zieh, zieh. Guck mal. Geht doch fix. Viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Doch wir müssen das Ding jetzt dann nochmal durch die Waage bringen. Oder was das war. Zieh mich, stopp, warte. Warte, Doc. Pass mich doch. Okay, jetzt mach's. Komm. Ja, jetzt dreh. Komm. Zieh zu dir. Oder drück. Oder was weiß ich. Ich mach das immer so. Auch beim Umzug, auch bei der Kaufhalle. Das sieht immer gleich aus bei mir. Komm durch. Okay. Okay. Dann. Hm? Da oben fahren wir jetzt. Da müssen wir nicht mal hin. Oh, shit. Du musst mal hoch. Willst du einen Dings holen? Hm. Oder du musst dich auch mal drüben draufstellen. Ja. So. Gut. Musst du es jetzt oben drauf? Ja, wäre besser, ne? Aber auf der anderen Seite oben drauf. Es springt auf die andere Seite, bitte. War ich doch schon. Ach. So. Sehr gut. Sehr gut. Sieht gut aus. Ich bin der Bauleiter. Ich gucke hier nur zu. So, hier musst du es hin. Da hin. Da war ich, da war ich einfach. Da hin. Da. Steht noch nicht mal. Sehr schön. Guck mal, was du verpasst hast. Ja, ja, ja. Ja, ich hoffe hier. Geronimo. Oh. Oh. Tatsache. Ist das eine Wippe hier? Ja. Es ist genau das, wonach es aussieht. Es ist eine Wippe. Dann stelle ich mal in die Mitte. Mach so super. Ich arbeite noch dran. Ach so. Damit wir den Stein rüber kriegen, müssen wir das Katapult benutzen. Weißt du? Katapult. Naja, wenn es so ist, laden wir den Stein hier vorne auf. Und dann muss einer drüben raufspringen. Oder wir beide gleichzeitig draufspringen. Wo brauchen wir den Stein eigentlich? Na drüben. Für dieses Gewicht. Meinen Sie, dass das groß genug, damit das rübergeschleudert wird? Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Ja, das rutscht dann, oder? Das probieren wir mal aus. Ja. Hat schon mal nichts. Halt. Bleib mal hängen. Warte. Du hängst wieder meinen Kopf? Nein, hochziehen. Komm. Geh dich hoch. Das greifen wir doch nicht an die Hüften. Runterlassen. Bisschen. Bisschen. Das funktioniert nicht. Stell ich mal bitte noch mal auf die andere Seite. Stell ich mal. Bleibst du? Rutscht man, oder? Ja. Okay, dann spring mal drüben drauf. Geh mal runter. Komm mal ein bisschen zu mir. Ah. Kannst du da irgendwie. Hä? Warte. Warte. Warte mal. Geht so nicht. Bleib mal. Bleib mal. Stell ich nochmal unten hin. Bringt nichts. Geh nochmal hin. Ja. Ja, super. Da hätten wir die Treppen hochgekommen. Ja? Aber ich will genau hier an die Kante. Ja. Oh. Ähm. Ich hab's gleich. So. Tschüss. Oh Gott. Wir müssen das irgendwie abholen. Super. Das hat ihr super gemacht. Ich hab mich festgehängt. Hallo. Was war das denn? Sie hat mich grad mal Meter weggeschleudert. Ne. Nee. Ich hab mich festgelegt. Ja, 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 ich hab so die Idee. Ich hab's, ich hab's festgelegt. Hm. Hm. fast ja ja oh ein naturtalent oh ein naturtalent jetzt bin ich fixieren müssen darfst du das um mich zu bewegen oh ein naturtalent du hebst dich gerade am boden fest merkst du das ja das ist echt schwer vor allem mit dem controller du musst dich sobald ich drauf bin unten einfach mal davor stellen dass es nicht rutscht ja schön ja ich weiß ja 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 warte 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 erst will ich fixieren du musst erstmal drauf laufen wenn ich nicht drauf wenn ich nicht drauf komme was macht er denn du sollst dich nicht mehr davor stellen steht wieder drauf ja aber so schief komme ich ja nicht hoch kann man das nicht da fixieren da ist es vielleicht sicherer da so da so steil da komme ich nicht hoch wenn du das schaffst schaffe ich das auch ja jetzt musst du nur noch an mich hallo hallo was machst du scheiße da hey der war gut komm doch nochmal zu mir hallo hat es wieder nicht was machst du denn hallo hallo tschüss hallo kannst du mir mal helfen kannst du mir mal helfen ich kann grad nicht ich bring das ding auch mit runter aber lass mich mal gucken was hier war runter nicht hoch hallo hallo trotz ob das rutscht müssen da drüben jetzt hinspringen müssen von oben drauf springen kann so ein stückchen nach vorne schieben stopp 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 nicht so was machst du das fliegt nicht müssen beide oben von der treppe springen das fliegt nicht gesehen dass es nicht fliegt es hat zwei zentimeter abgehoben da war nichts und wenn wir das nur nutzen um rüber zu kommen das noch mal von der treppe springen nach gleichzeitig und dann auf das naja du weißt schon hebelwirkung muss aber weiter runter klar ich trau mich nicht mehr nachher ist das weg und dann dürfen wir nochmal hoch springen stückchen noch stückchen noch so halt jetzt müssen beide springen okay schön auf drei bei drei eins zwei drei ich habe das geht nicht gibt mir andere richtung ich habe eine idee echt ich habe eine idee wo ist mal hoch bitte jetzt hier mir doch mal was du vor gehabt hast ich wollte es ausspießen weil es rüber drücken nicht da hinten nicht da hinten kann das war die einzige stelle wo ich hoch gekommen bin ich weiß ja komm jetzt lass lass doch was machst du da was machst du da was machst du denn was ist los ich bin ja mal weg was ist los ich bin ja genau so schon mal nicht klatsch ich wollte eigentlich nicht runter hier mhm mhm es sieht gut aus ja das grab dran dann ist er aber wieder weg noch gut es war zu knapp moment 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 die bei der dinge runter jetzt aufspießen kannst du es nicht durch mit festhalten wozu warte 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 so war das nicht geplant ich bleib mal hier stehen aber du kannst doch so auch rüber springen kannst du jetzt spring mal rüber geht das ja und was machen wir da drüben aber wozu der klotz dass ich jetzt rüberkommen oder was das kann man natürlich versuchen mit verkeilt funktioniert das ist nur ein gewicht gewesen hilfe hallo ja mach das level schon mal weiter ist gar kein problem ich würde hier gerne hoch ich komme mit dem arsch voran nach vorne jetzt kommt noch mal ausgerichtet schädelst ich hänge fest ich habe schon gehofft ich schaue die warte hier es ist ja ja das Ding ist so verrutscht gewesen dass man nicht mehr dran kam ich will auch mal aber warum was hab ich zu tun muss ich hier runter bleib mal so bleib mal so ja und was hast du den Tag so gemacht ich hing hier mal so rum spring mal nach oben ich kann mich versuchen hochzuschieben andere Richtung andere Richtung andere Richtung so toll jetzt komm ich hier gar nicht mehr weg ich komm mich vorhin bewegen wenn ich mich in die Richtung bewegt hab ich in die andere gegangen toll bin gleich da ich glaub das ist das was du meintest ne bin ich hier richtig kannst du wieder runter äh runter oder dass du nach oben gehst mein ich so ja 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 ein bisschen weiter ja ja weiter runter weiter runter so runter nicht weg nein runter und mein krass bleibt 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 nicht bewegen ich sehe nix Moment ich habe kein Plan was du eigentlich machst du machst so jetzt wieder die andere Richtung bitte nach oben kannst du dich nach unten bewegen ich schaffe ich glaub nicht so ganz okay jetzt bewegt dich mal in die andere Richtung dass das Ding wieder rumdreht so du musst weiter nach unten auf dem Boden komm Gott oh Gott ja genau dreh dich in die Richtung nicht so hoch so jetzt bin ich hier unten ich glaub hier wollte ich drinnen drehe einmal rum bitte so hm ich hänge fest dass das zu mir kommt ja genau sondern in die Richtung ich weiß ja nicht wo du bist ich sehe nix perfekt magst du das jetzt nach oben bitte nach oben so die Richtung nicht ändern nur nach oben nein andere Richtung nach mir nach oben oh Gott mehr nach oben geht nicht doch das geht noch okay so echt noch geht noch ein Stück hoch mehr geht nicht das brauche aber keine Ahnung wie man da hochkommen soll lass dich fallen hast du gespeichert ja auch nö ja ich spring noch mal voll auf dem stein aufgeschlagen hallo guten tag ja ich weiß noch nicht wofür ich nehme ihn einfach mal mit ja so bin ich hier schon mal drüben guck mal hier kann man das Brett unter die Dings schieben ich mach das mal was machst du da ich weiß muss doch das gut sein oder nicht greift unter seine Beine zu den Armen interessant so so ah hier drüben kommen wir rüber was ist das ich glaube ich brauche deine Hilfe hm ja nein ja komm schon äh äh bin tot na los dann schieben wir halt noch weiter rein ja 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 und jetzt hoch na es geht nicht komm hilf mal hast du mir gerade an den Sack gepackt na los hoch vielleicht weiter raus um den Hebel zu verlängern wenn wir das umkippen falls runter aber nicht gehört aber dahinter ist doch noch was ich brauche noch den Klotz da das fall da runter was war was war denn den Klotz warte mal ich start nochmal neu wir weh weh wir weh Untertitelung des ZDF, 2020